Die Idee zu den Gonats ist eigentlich aus einem persönlichen Bedürfnis heraus entstanden und zwar wollte ich einfach sozusagen natürliche, zutatenreduzierte, funktionelle und vor allem eine leckere Alternative schaffen für körperliche und geistige Anstrengungen, die einfach eine wahre Alternative ist zu den ganzen Energiesnacks, die es einfach am Markt gibt und daraus habe ich sozusagen dann mit Mischungen experimentiert und bin dann auf die Gonats gekommen, die dann das eigentlich erfüllt haben, was ich mir selbst erwartet habe und es hat sich dann im Freundeskreis eigentlich verbreitet, bis ich gesagt habe, okay, sie wollen immer alle mehr und es kommt gut an und somit habe ich dann in meiner Karenzzeit das Produkt eigentlich marktfähig gemacht. Also die Gonats sind eigentlich der weltweit erste funktionelle Snack, der alle pflanzlichen Vitamine enthält und das Spezielle ist zum einen die Rezeptur. Ich war da bestrebt, einfach mit so wenig Zutaten wie möglich einfach eine höchst funktionelle Wirkung reinzubringen in das Produkt und herausgekommen ist eben eine sehr leckere Mischung aus nur acht natürlichen Zutaten, wobei sozusagen sie pflanzliche sind und auch geologische und somit hat man ein sehr rundes Produkt, auch in Kugelform, das eigentlich sehr gut funktioniert im Sport oder auch für mentale Anstrengungen und im Körper optimal unterstützt. Das Spezielle ist eigentlich dann die Kombination aus der Dattel, die eigentlich eine sehr geschichtsträchtige Frucht ist und die sozusagen die energiereichen Baustoffe mitbringt in Form von komplexen Kohlenhydraten. Also das Besondere ist eigentlich das ausgewogene Verhältnis von Fruktose und Glucose. Dadurch hat eben der Körper eine schnelle Energie, aber eben auch anhaltend und der ganze Prozess wird sozusagen an der Zelle nachher unterstützt durch die Vitamine, die dann sozusagen als, wie soll man sagen, so als Werkzeuge fungieren und der Zelle dabei helfen, dass eigentlich die Nährstoffe von der Dattel unmittelbar und vor allem vollständig verwertet werden können. Das heißt, die Zelle spart sich das Abrufen der Vitamine im Körper und somit geht das Ganze einfach schnell ins System. An Tirol liebe ich eigentlich einfach die Natur und einfach daraus die Aktivitäten, die sich ergeben, ob es sportlich ist im Sommer, im Winter, im Herbst, im Frühling. Die Jahreszeiten sind ganz speziell und einfach für die Kinder ein Traum, dass man einfach vor die Türen gehen kann und einfach Spaß haben kann. Das ist eigentlich auch ein riesengroßer Spielplatz. Bindung 5 5 5 7 7 3 9 8 14 15 14